Die Familie fährt los zur Geburtstagsüberraschung für Schorsch. Gehen wir in den Zirkus? Nein, aber es ist genauso gut. Ähm, gehen wir ins Kino? Nein, viel besser. Ich komme nicht drauf. Wohin fahren sie bloß? Wir sind da. Familie Wutz ist am Museum angekommen. Warum sind wir am Museum? Kommt mit, ihr werdet schon sehen. Was könnte Schorschs Geburtstagsüberraschung wohl sein? Nein, Schorsch, was magst du am liebsten auf der ganzen Welt? Sousia! Uh, Sousia! Schorschs Geburtstagsüberraschung ist ein Besuch in der Dinosaurier-Ausstellung. Schon wieder diese blöden alten Saurier. Sousia! Hab keine Angst, Schorsch. Das ist kein echter Dinosaurier. Das ist nur ein Roboter. Guck, wenn du dich hier hinstellst, dann... Und jetzt gibt es noch eine andere Überraschung. Alle Freunde von Schorsch und Pepper sind da. Überraschung! Frau Löffel hat Schorsch einen Geburtstagskuchen gebacken. Wer errät denn wohl, was für ein Kuchen das ist? Dinosaurier-Kuchen? Tatsächlich! Wie gut du das geraten hast, Pepper! Herzlich Glückwunsch, Schorsch! Hallo, Herr Bulle! Hallo zusammen! Muss wieder los! Haufenweise Müll zusammen! Tschüss! Tschüss! Herr Bulle hat unseren Mülleimer ausgeleert. Gut, der Frühstückstisch muss abgeräumt werden. Können wir mithelfen, Mama? Ja, natürlich! Ich werfe diese leere Flasche in den Mülleimer. Pepper, stopp! Was ist? Wir werfen Flaschen nicht in den Mülleimer. Die kann man recyceln. Was bedeutet das? Alles, was wir nicht mehr gebrauchen können, werfen wir in den Mülleimer für Herrn Bulle. Aber all das, was man wiederverwerten kann, kommt in diese Sortierkörbe. Der rote ist für Zeitungen, der blaue ist für Blechdosen und der grüne ist für Flaschen. Pepper, du hast eine Flasche. In welchen Korb kommt die also? Ähm, in den grünen. Ja! Das macht Spaß! Jetzt ist Schorsch dran. Findest du eine Zeitung für den roten Korb? Schorsch möchte Papa Wutz Zeitung recyceln. Hoho! Ich bin aber noch nicht ganz fertig mit meiner Zeitung, Schorsch. Du kriegst die in einer Minute. Ist ja gut. Hier, bitte sehr, Schorsch. Zeitungen kommen in den roten Korb, Schorsch. Jetzt haben wir so viele Sachen gesammelt. Jetzt gehen wir zum Wertstoffhof. Hurra! Auf geht's! Mama Wutz hat die Flaschen, Pepper hat die Blechdosen und Schorsch hat die Zeitungen. Sind alle soweit? Ja, Papa Wutz! Dann geht's los! Ibi! Dafür haben wir etwas viel Lustigeres. Pepper hat ihr Spielzeugboot mitgebracht. Und Schorsch hat sein Spielzeugboot mitgebracht. Komm, wir ziehen dein Boot auf, Schorsch. Schorschs Boot hat einen Motor zum Aufziehen. Schnell, Schorsch! Setz das Boot in den Teich, bevor der Motor wieder anhält. Schorsch liebt sein Aufziehboot. Mama, kannst du mein Boot aufziehen? Dein Boot braucht man nicht aufzuziehen, Pepper. Peppers Boot ist ein Segelboot. Es wird vom Wind angetrieben. Ich mag mein Boot nicht. Es macht ja überhaupt nichts. Das liegt daran, dass heute kein Wind ist. Vielleicht braucht es ein bisschen Hilfe. Ich keuche und ich schnaufe und ich puste dein Boot davon. Hurra! Das war wirklich schnell. Pepper liebt ihr Segelboot. Da ist Peppers Freundin, Luzi Locke. Hallo zusammen. Hallo, Luzi. Wir spielen mit unseren Booten. Ich habe ein Rennboot. Ist das zum Aufziehen? Nein, es hat Batterien. Luzis Rennboot hat Batterien, die es antreiben. Oh. Was für ein großartiges Rennboot. Entschuldigung, Frau Ente. Da kommt Klausi Kleff mit Opa Kleff. Hallo zusammen. Hallo, Klausi. Mein Opa hat mir einen Schaufelraddampfer gebaut. Ich muss sagen, das ist beeindruckend. Wie funktioniert das? Es hat eine Dampfmaschine. Ich muss nur diesen kleinen Hebel umlegen. Oh. Was für ein fantastischer Schaufelraddampfer. Opa Kleff haben wir parat. Hilfe. Unser Auto ist kaputt gegangen. Klausi, wir haben einen Notfalleinsatz. Yippie. Rettungsaktion läuft. Rettungsaktion läuft. Guck mal, da sind Klausi und Opa Kleff. Hurra. Opa Kleff weiß alles über Autos. Hm. Ist es was Ernstes? Nein. Ihr habt bloß kein Benzin mehr. Was sollen wir tun? An meiner Tankstelle gibt es genug Benzin. Ich schleppe euch ab. Opa Kleff schleppt Pippas Auto zurück zu seiner Tankstelle. Opa Kleff tankt Pippas Auto mit Benzin auf. Danke, Opa Kleff. Da kommt Luzi Locke mit ihrer Mama angefahren. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Wir hatten keinen Benzin mehr. Opa Kleff hat uns gerettet. Boah. Wie aufregend. Tschüss, bis später. Wiedersehen. Oh nein. Aus dem Reifen ist die ganze Luft raus. Muss Opa Kleff uns retten kommen? Ich glaube schon. Opa Kleff am Apparat. Verstehe. Keine Panik, Mama Locke. Bin unterwegs. Rettungsaktion läuft. Darf ich auch mit? Hüpf an Bord, Peppa. Rettungsaktion läuft. Rettungsaktion läuft. Hallo, Luzi. Willkommen, um euch zu retten. Hurra. Opa Kleff füllt wieder Luft in den Reifen. Danke, Opa Kleff. Oh, wo ist der Himmel hin? Keine Sorge, Peppa. Das ist bloß Nebel. Was ist Nebel? Nebel ist eine Wolke, die auf dem Boden ist, statt oben am Himmel. Oh. Das ist sehr dichter Nebel. Ich sehe gar nichts mehr. Hm. Wir gehen besser wieder nach Hause. Ja. Wir gehen ein andermal auf den Spielplatz. Oh. Es ist zu neblig, um den Spielplatz zu finden. Peppa und ihre Familie müssen wieder nach Hause gehen. Also, wo geht's nach Hause? Haben wir uns verirrt, Papa Wutz? Ho, ho. Keine Sorge. Ich weiß genau, wo wir sind. Hier lang. Wer hat den Baum hier hingestellt? Papa Wutz ist gegen einen Baum gelaufen. Alles in Ordnung, Papa Wutz? Ja, alles klar. Hier lang. Papa Wutz, weißt du, wo du hingehst? Ja, natürlich, Mama Wutz. Ich glaube, wir finden unser Haus niemals wieder. Ho, 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 ho. Sicher finden wir es wieder, Peppa. Wir sind bloß in unserem Garten. Oh, die Enten. Hallo, ihr Enten. Habt ihr euren Teich verloren? Wir haben uns verlaufen. Wir haben uns nicht verlaufen. Ich weiß genau, wo wir sind. Auf Wiedersehen, ihr Enten. Viel Glück beim Teichsuchen. Oh. Papa Wutz hat den Ententeich gefunden. So ein Glück. Ja, ein echter Glücksfall. Papa, die Enten sagen Dankeschön. Es war mir ein Vergnügen, liebe Enten. So, jetzt suchen wir unser Haus. Ich bin sicher, es geht hier lang. Peppa, wenn ihr Blasen mögt, dann spielt doch einfach mit Seifenblasen. Ja, meine Seifenblasen. Schorsch, komm, wir machen Seifenblasen im Garten. Peppa zeigt Schorsch, wie man Seifenblasen macht. Erst, steckst du den Stiel in die Seifenblasen und pustest. Blasen. Blasen. Schorsch, jetzt bist du dran. Steck den Stiel in die Seife, halt ihn hoch, hol Tiefluft und puste. Schorsch, du hast nicht doll genug gepustet. Ich weiß, wie Schorsch Seifenblasen machen kann. Steck den Stiel in die Seife, halt ihn hoch und schwenk ihn dann herum. Es geht noch besser, wenn man damit rennt. Warte auf mich. Schorsch macht es Spaß, Blasen zu machen. Und Peppa macht es Spaß, sie platzen zu lassen. Ja, Seifenblasen. Oh je, die Seifenblasen sind alle. Papa, Mama. Die Seifenblasen sind alle. Keine Sorge, Peppa. Ich habe eine Idee. Mama Wutz, hol mir bitte einen Eimer. Ja, Papa Wutz. Peppa, hol mir etwas Eifel. Ja, Papa Wutz. Und Schorsch, hol du mir den alten Tennisschläger. Gut gemacht, Schorsch. Aber vielleicht könntest du weniger rumspritzen. Da kommt Luisa Löffel mit ihrem kleinen Bruder Linus Löffel. Hallo, Luisa. Hallo, Luisa. Linus, halt dich am Brett fest. Dann kannst du den Beinschlag üben. Schorsch, möchtest du auch Beinschlag üben? Sehr gut. Sehr gut. Aber versucht nicht so zu spritzen. Große Kinder spritzen nicht. Wir können schon sehr gut schwimmen. Wenn Schorsch und Linus älter sind, können sie bestimmt genauso gut schwimmen wie wir. Nicht wahr, Luisa? Ja. Linus hat eine Spielzeuggießkanne. Lass das, Linus. Oh je. Linus hat seine Gießkanne ins Wasser fallen lassen. Mami. Tut mir leid, Linus. Ich komme nicht dran. Sie ist viel zu tief unten. Mami. Ich kann unter Wasser nicht schwimmen. Noch nicht mal ich kann unter Wasser schwimmen. Hm. Halt bitte mal meine Brille, Mama Wutz. Halt bitte mal meine Brille, Mama Wutz. Dürfen wir jetzt vom Sprungbrett springen? Tut mir leid, Peppa. Die Sprungbretter sind nur für die Großen. Oh. Boah. Emily Elefant kann sehr gut mit Klötzen bauen. Es ist Pause. Hurra. Emily, möchtest du mit den anderen draußen spielen? Ja, gern. Wer zeigt Emily, wo wir spielen? Ich, Madame Gazelle. In der Pause spielen Peppa und ihre Freunde im Garten. Was für ein Krach. Wir spielen, wer am lautesten ist. Okay, ich bin zuerst dran. Squeak, squeak. Das war schon ziemlich laut. Jetzt ist Zoe Zebra dran. Und jetzt Luzi Locke. Jetzt kommt Klausi Kleff. Das war schon sehr laut. Ich bin dran. Jetzt ich. Nein. Ich bin. Peppa ist am lautesten. Emily, du bist dran. Ich weiß nicht recht. Bitte, Emily. Also gut. Ich versuch's. Du liebe Güte, war das laut. Boah. Mach das noch mal. Jetzt ist Emily Elefant nicht mehr schüchtern. Emily, sollen wir mein Lieblingsspiel spielen? Was ist dein Lieblingsspiel? In die Matschepfütze springen. Das ist auch mein Lieblingsspiel. Peppa liebt es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Emily liebt es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Das macht bestimmt Spaß. Juppie. Und Madame Gazelle liebt es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Alle lieben es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Papa, Mama, wir waren in der größten Matschepfütze der Welt. Das seh ich. Schnell, ab ins Bad. Oh, können wir nicht noch ein kleines bisschen spielen? Nein, jetzt ist Badezeit. Seid ihr beiden überhaupt nicht müde? Nein, Papa, nicht mal ein glitzekleines bisschen müde. Peppa und Schorsch sind vielleicht nicht müde, aber ich schon. Ich auch. Bevor Schlafenszeit ist, nehmen Peppa und Schorsch ein Bad. Peppa liebt es, zu spritzen. Schorsch liebt es, zu spritzen. Peppa und Schorsch lieben es, beide zu spritzen. Jetzt ist genug gespritzt. Jetzt abtrocknen und Schlafanzüge an. Oh, können wir nicht noch ein kleines bisschen länger baden? Haha, Badezeit ist vorbei. Jetzt ist Zeit zum Zähneputzen. Vor dem Schlafengehen putzen Peppa und Schorsch ihre Zähne. Das reicht, genug gebürstet. Ab ins Bett. Oh, ich glaube, unsere Zähne sind noch nicht ganz sauber. Wenn ihr im Bett seid, liest Papa Wutz euch noch eine Geschichte vor. Hurra! Peppa und Schorsch lieben Geschichten. Wenn Peppa ins Bett geht, nimmt sie ihren Teddy immer mit unter die Decke. Wenn Schorsch ins Bett geht, nimmt er seinen Dinosaurier immer mit unter die Decke. Seid ihr jetzt endlich müde? Nein, Papa. Wir brauchen noch ganz viele Geschichten. Papa Wutz liest euch eine Geschichte vor. Also, welches Buch wollt ihr? Ähm, das Rote Affenbuch. Haha, na gut, ich lese euch das Rote Affenbuch vor. Magst du eine Tasse Tee? Magst du eine Tasse Tee? Schorsch hat Pollys Vogelfutter geholt. Schorsch, das ist aber viel zu viel Vogelfutter. Polly wird davon zu dick und platzt dann wie ein Ballon. Pop! Platzt wie ein Ballon! Pop! Was ist das für ein Geräusch? Der Eiswagen! Der Eiswagen, hurra! Oh je, Schorsch hat vergessen, die Tür zu schließen. Ah! Ah! Eiscreme! Eiscreme! Es ist Frau Mümmel, die Eisverkäuferin. Hallo, Mama Wutz. Hallo, Frau Mümmel. Viermal Eiscreme, bitte. Dankeschön, Frau Mümmel. Schorsch, du hast vergessen, die Tür zuzumachen. Wenn Polly jetzt weggeflogen ist. Nur die Ruhe, Peppa. Wahrscheinlich ist Polly noch immer drinnen. Polly ist wirklich verschwunden. Oh. Polly ist weggeflogen. Bestimmt sind Oma und Opa jetzt ganz traurig. Vielleicht suchen wir erst einmal im Garten. Guckt mal, was ist das? Was hat Mama Wutz im Garten entdeckt? Es ist Polly. Hurra! Aber Papa, wie sollen wir denn jetzt Polly vom Baum herunterholen? Keine Sorge, Peppa. Ich werde Polly retten. Komm her, Polly. Magst du eine Tasche Tee? Oh nein, Polly ist noch höher hinaufgeflogen. Oh je. Sei vorsichtig, Papa. Sonst fällst du noch vom Baum, wie du es jedes Mal machst. Keine Angst, Peppa. Ich werde mir Mühe geben. Komm her, Polly. Madame Gazelle, wie wird die Zukunft eigentlich sein? Was denkst du denn, wie sie sein wird? Eins ist sicher. In der Zukunft wohne ich auf dem Mond. Und alle meine Freunde kommen mich besuchen. Und ich werde sicher mal Raumschiffpilot. Hallo. Wir nehmen jetzt eine Nachricht für die Menschen der Zukunft auf. Sagt Hallo zu der Zukunft. Hallo, ihr in der Zukunft. Bestimmt wohnt ihr alle auf dem Mond, oder? Und macht Urlaub auf dem Mars. Und fliegt mit Weltraumraketen rum. Wundervoll. Es ist Abholzeit. Fast alle Eltern sind schon da. Mama, Papa, wir haben eine Erinnerungskapsel. Ah, Herr Wutz, sie helfen bestimmt mit. Wir graben ein Loch. Ja, natürlich. Papa Wutz gräbt ein Loch für die Erinnerungskapsel. Fertig. Können wir sie jetzt wieder ausgraben? Oh, oh, sie wird jetzt viele Jahre lang tief in der Erde bleiben. Oh, so lange kann ich aber nicht abwarten. Peppa. Peppa, du bist genauso wie dein Papa als kleiner Junge war. Wirklich? Ja, ich erinnere mich gut, als ich seine Lehrerin war. Warst du mal seine Lehrerin? Ja, ich unterrichtete all eure Mütter und Väter. Erinnert ihr euch? Ja, Papa, danke schön. Als eure Mütter und Väter klein waren, hatten wir auch eine Erinnerungskapsel. Ja, das ist wahr. Wir vergruben sie unter einem kleinen Baum. Können wir sie ausbuddeln? Ja. Ich glaube, die Stelle war irgendwo ihr. Oh. Jetzt aber wirklich. Sind alle bereit? Ja, Papa Wutz. Es geht los. Da ist der Picknickplatz. Wir sind da. Hurra. Ich liebe diesen Picknickplatz. Hier ist es still und friedlich. Da kommen Zoe, Zebra und ihr Vater. Herr Zebra, der Briefträger. Hallo, Herr Zebra. Bringen Sie unsere Post. Ho, ho. Leider keine Zustellung. Ich habe frei heute. Nee. Wir machen nämlich ein Picknick. Genau wie wir. Also, warum machen wir nicht alle zusammen ein Picknick? Oh, ja. Was für ein prächtiges Picknick. Dürfen Schorsch und ich bitte schon mal aufstehen und mit Zoe spielen? Ja, Peppa. Zoe, ich habe meinen Teddy mit. Ich habe meinen Affen mit. Uh, uh, uh. Faust, ja. Ich habe mein Puppengeschirr mitgebracht. Wir spielen Picknick. Oh, da sind die Enten. Sie kommen wirklich jedes Mal, wenn wir hier picknicken. Wir hätten wohl Orangensaft dabei. Und wir hätten wohl Kekse dabei. Da, echter Puppenkeks. Sehr lecker. Oh, je. Die Enten möchten wohl keinen echten Puppenkeks. Oh, fein. Dann können ja der Affe und Sausier und Teddy mehr bekommen. Mh, lecker. Oh, oh, oh. Affe sagt, der beste Keks der Welt. Peppa, Schorsch, wir fahren. Wiedersehen, Zoe. Wiedersehen. Alles startbereit? Ja, Papa Wutz. Ich komme, um eure Sachen für den Flohmarkt abzuholen. Hier, bitte sehr. Dankeschön. Und wollen Sie auch noch diesen alten Sessel? Oh, wie großzügig. Wiedersehen. Wiedersehen. Mama, du hast Papas Sessel weggegeben. Psch, sag's ihm nicht. Das merkt er doch nie. Der Flohmarkt-Tag ist gekommen. Hallo. Hallo, Frau Löffel. Peppa, wie wär's mit diesem Sessel? Er ist ein bisschen schäbig, aber ihr könnt ihn zu Feuerholz verarbeiten. Aber der ist antik. Wirklich? Papa sagt, der ist ein Haufen Geld wert. Also sowas. Dann geh ich aber mit dem Preis rauf. Wiedersehen. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Was hast du gespendet, Luzi? Mein Krankenschwesterkostüm. Und ich meinen Papageienballon. Und ich meinen Kuschelaffen. Oh, oh, oh. Ich werde mein Schachtelmännchen vermissen. Ich hätte gern dieses Schachtelmännchen, bitte. Und ich dieses Krankenschwesterkostüm. Den Papageienballon, bitte. Mama, Mama. Guckt, was wir gekauft haben. Euer altes Spielzeug. Wir haben's vermisst. Guckt mal, was ich gekauft habe. Einen antiken Sessel. Oh, Papa Wutz. Das ist kein antiker Sessel. Eben doch. Frau Löffel hat es gesagt. Und der passt zu meinem alten. Ja, Papa. Und das liegt daran. Psch, Peppa. Dass es dein alter Sessel ist. Was? Aber Frau Löffel hat mir gerade einen Haufen Geld dafür abgeknöpft. Fantastische Neuigkeiten, Herr Schafften. Wir haben jetzt genug Geld beisammen für ein neues Kindergartendach. Hurra! Danke, Herr Wutz. Ho, ho. Sehr gern geschehen. Papa Wutz denkt sich ein Rätsel aus. Also, was ist auf dem Tisch? Der kleine Fisch, Teddy, das Schachtelmännchen und Herr Dinosaurier. Das stimmt. So, jetzt guckt noch mal ganz genau und prägt euch alles ein. Der kleine Fisch, Teddy, das Schachtelmännchen und Herr Dinosaurier. Habt ihr euch alles gemerkt? Ja. Na gut. Jetzt müsst ihr für einen Moment rausgehen. Ich rufe euch, wenn ich fertig bin. Das hört sich an, als ob Papa nach oben geht. Und jetzt kommt er wieder runter. In Ordnung. Jetzt könnt ihr wieder reinkommen. Eine Sache fehlt jetzt auf dem Tisch. Wisst ihr welche? Herr Dinosaurier ist da. Der kleine Fisch, Schachtelmännchen. Also, wer fehlt dann? Ähm, Teddy. Stimmt genau. Teddy ist weg. Gut gemacht, Pepper und Schorsch. Das war ganz einfach für uns. Wir sind berühmte Detektive. Ah, das war auch nur das halbe Rätsel. Wo ist Teddy hin? Oh, weiß ich nicht. Was sind denn das für kleine Dinge auf dem Boden? Das sind Kuchenkrümel. Durch die Lupe kann man die Kuchenkrümel sehr gut erkennen. Ich frage mich, ob Teddy Kuchen gegessen hat. Und die Krümel führen hier entlang. Teddy hat aber viel Kuchen gegessen. Die Krümel führen ins Kinderzimmer von Pepper und Schorsch. Oh, hier sind keine Krümel mehr. Wie können wir Teddy finden? Du kannst mir Fragen stellen. Aber ich antworte nur mit Ja oder Nein. Okay, ähm, ist Teddy hier im Zimmer? Ja. Ist Teddy in Schorschs Bett? Nein. Ist Teddy irgendwo hoch oben? Ja. Teddy ist in meinem Bett. Hurra! Da kommt Luisa Löffel mit ihrem kleinen Bruder Linus Löffel. Hallo zusammen. Hallo. Darf ich auch auf das Karussell? Steig auf, Luisa. Ich will mich ganz, ganz schnell drehen. Linus Löffel möchte auch auf das Karussell. Ah, aber wenn Linus mitkommt, dann können wir uns nicht so schnell drehen. Linus kann ja mit Schorsch spielen. Linus, möchtest du mit Schorsch spielen? Nein. Schorsch hat einen Dinosaurier genau wie du. Lass uns mal sehen. Linus Löffel ist genauso alt wie Schorsch. Linus möchte deinen Saurier mal anschauen. Saurier. Schorsch, gibst du Linus mal deinen Dinosaurier? Nein. Linus, gibst du Schorsch mal deinen Dinosaurier? Nein. Schorsch und Linus wollen ihre Dinosaurier nicht teilen. Schorsch, es macht viel mehr Spaß, wenn du teilst. Das war wirklich nett von Schorsch. Sousia. Schorsch teilt nicht gerne. Linus, gib Schorsch jetzt mal die Dinosaurier. Linus teilt auch nicht gerne. Was soll denn dieser Radau? Schorsch und Linus weinen eben immer, wenn sie zusammen sind. Sie sind noch zu klein, um richtig zu spielen. Könnt ihr zwei großen Mädchen den beiden das zeigen? Na klar. Wir zeigen ihnen, wie man Sandkuchen backt. Gute Idee. Gehen wir zum Sandkasten. Schorsch und Linus lieben den Sandkasten. Schorsch, Linus, heute backen wir also Sandkuchen. Schorsch hat Petros Brille gefunden. Oh. Dummer Schorsch. Hier ist sie wieder. Dankeschön. Pedro, warum trägst du eigentlich eine Brille? Ich brauche sie. Der Optiker hat das gesagt. Was ist ein Optikier? Mein Vater ist Optiker. Er guckt nach, ob du gut sehen kannst. Aber wie? Kann er in deinen Kopf schauen? Er macht einen Sehtest. Soll ich mal deine Augen testen? Ja, wir machen einen Sehtest. Wird gemacht. Hm, interessant. Mach ein Auge zu und sag, was du siehst. Ich sehe da Schorsch. Beide Augen bitte zumachen. Jetzt sehe ich gar kein bisschen mehr. Hm, gar kein bisschen mehr. Alles sehr interessant. Ich schätze, du brauchst eine Brille. Oh, wirklich? Ja. Pedro, wir fahren. Wiedersehen, Pedro. Hey. Wiedersehen. Mama, ich brauche eine Brille. Was? Pedro hat meine Augen getestet. Und ich brauche eine Brille. Ich glaube, deine Augen sind gut. Nein, Mama. Wenn ich meine Augen zumache, dann kann ich gar nichts sehen. Aber niemand kann sehen, wenn er die Augen geschlossen hat. Oh. Wer meint, er braucht einen Sehtest? Pedro weiß alles über Sehtests. Sein Vater ist Optik hier. Abgemacht, Peppa. Wir gehen zum Optiker und du machst einen Sehtest. Gehen wir sofort. Schorsch, willst du auch einen Sehtest machen? Nein. Wiedersehen, kleine Vögel. Das wird der Körper. Oma Wutz hat etwas Stroh gefunden und einen alten Sack. Großartig. Ich stecke das Stroh in den Sack. Das wird der Kopf. Jetzt braucht die Vogelscheuche was zum Anziehen. Hier ist eine Tasche mit alten Kleidern. Oh. Schorsch hat ein Kleid gefunden. Dummer, Schorsch. Herr Vogelscheuche zieht doch kein Kleid an. Pepper hat einen Mantel gefunden. Sehr gut, Pepper. Schorsch hat einen Hut gefunden. Sehr gut, Schorsch. Herr Vogelscheuche braucht ein Gesicht. Das stimmt. Willst du mit Schorsch ein Gesicht für ihn malen? Ja, bitte. Schorsch malt die Augen und die Nase. Pepper malt den Mund. Fantastisch. Herr Vogelscheuche ist fertig. Hurra. Die kleinen Vögel suchen nach Opa Wutz Blumensamen. Guck, die kleinen Vögel sind wieder da. Keine Sorge, Pepper. Herr Vogelscheuche wird sie verscheuchen. Es funktioniert. Herr Vogelscheuche hat die Vögel verscheucht. Hurra. Gut. Jetzt werden meine Blumensamen nicht mehr gefressen. Oh, Opa. Die kleinen Vögel sehen sehr traurig aus. Ja, sie haben sicher Hunger. Das ist der Park. Wir sind da. Hurra. Mama, warum sind die ganzen Blätter rot und gelb? Es ist Herbst, Pepper. Im Herbst wird es kälter und die Blätter färben sich bunt. Blum, 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 blum Der Ball ist im Teich. Mit dem Stock komme ich bestimmt dran. Noch ein bisschen weiter, Papa. Sei vorsichtig, Papa Wutz. Keine Sorge, ich hab ihn schon fast. Papa, ist das Wasser kalt? Ein bisschen schon. Der Wind hat den Ball aus dem Teich geblasen. So ein Glück. Ja, das ist ein großes Glück. Es wird sogar noch windiger. Haltet eure Mützen fest. Auweia, der Wind hat Schorschs Mütze weggeblasen. Keine Sorge, Schorsch. Papa Wutz holt deine Mütze wieder. Schnell, Papa. Guck mal, sie ist da an dem Baum. Hm, ich kletter hoch und hol sie. Der Baum ist viel zu dünn, um dich auszuhalten, Papa Wutz. So, wie kriegen wir die Mütze denn dann? Ganz einfach, wir schütteln sie vom Baum. Hm, vielleicht muss ich noch mehr schütteln. Oh! Oh! Wohnt sie denn da drin? Ja, es ist ihr Haus. Schau, sie kommt wieder raus. Da ist sie. Hallo, Frau Schnecke. Opa, hat denn Frau Schnecke auch ein Bett in ihrem Haus? Oh, nein, Pepper. Wenn ich eine Schnecke wäre, hätte ich ein Bett und einen Tisch und einen Stuhl und einen Kühlschrank und einen Fernseher. Ha, 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 ha. Opa, was mögen Schnecken gern essen? Tja, hauptsächlich essen sie mein schönes Gewüse. Hey, aufhören, du frecher Schlingel. Opa, Schorsch und ich wollen freche Schnecken sein. Ha, 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 diese Körbe sind euer Schneckenhaus. Genau, jetzt seht ihr wirklich aus wie zwei freche Schnecken. Und am liebsten essen wir Opas ganzen Blattsalat aus. Oh, fort mit euch von meinem zarten Salat, ihr frechen Schnecken. Und wenn Opa mit mir schimpfen will, verkrieche ich mich in mein Schneckenhaus. Ha, 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 ha. Peppas Freunde sind gekommen. Hallo, Opa Butz. Hallo, Luzi. Kommst du zum Spielen und suchst Peppa und Schorsch? Ja. Wenn ich bloß wüsste, wo sie sind. Ich bin allein mit diesen beiden Schnecken hier. Wir sind freche Schnecken. Wir sind freche Schnecken. Schnecken. Überraschung. Wir spielen, wir wären zwei freche Schnecken. Können wir auch Schnecken sein? Ich befürchte, ich habe nicht für jeden von euch einen Korb. Oh. Ihr könntet doch auch etwas anderes sein. Da gibt's viel Spannendes in einem Garten. Eine Karotte? Luisa Löffel mag gern Karotten. Guck mal. Da sind Klausi Kleff und Opa Kleff. Klausi Kleff und Opa Kleff stecken auch im Stau. Hallo, Peppa. Hallo, Peppa. Wir fahren zu Oma und Opa zum Essen. Aber wir kommen wieder zu spät. Es ist ein Uhr. Sie sind zu spät. Wie immer. Wie weit sind deine Kartoffeln? Ähm, sie brauchen noch ein ganz kleines bisschen. Oma Wutz am Apparat. Hallo, Oma Wutz. Wir stecken noch im Stau. Keine Sorge. Wir sind auch spät dran. Opa hat es mit den Kartoffeln etwas übertrieben. Bis gleich. Die Ärmsten. Sie stecken noch im Stau fest. Oh, dann habe ich ja Zeit, um noch ein paar Kartoffeln zu holen. Opa Wutz. Es geht ja so langsam. So kommen wir nie zu Oma und Opa. Peppa hat recht. Wir müssen anders fahren. Aber es gibt keine weiteren Hauptstraßen. Ich weiß eine Abkürzung. Auf Wiedersehen, ihr alle. Wir nehmen die Abkürzung. Wiedersehen, Peppa. Viel Glück. Mama Wutz nimmt eine Abkürzung, um den Stau zu umfahren. Die Abkürzung ist sehr holperig. Das macht Spaß. Bist du dir da ganz sicher? Vertrau mir. Hallo, Enten. Wir nehmen eine Abkürzung. Seht ihr? Da ist wieder die Hauptstraße. Gut gemacht, Mama Wutz. Aber wir sind immer noch hinter Klausis Laster. Hallo. Wen haben wir denn da? Oh je. Die Abkürzung von Mama Wutz hat nicht sehr gut funktioniert. Das ist eine Münze. Boah. Vielleicht von einem echten Piratenschatz. Oh. Kommt. Wir sammeln alles Schöne ein, was wir finden. Ja. Wir sammeln es in Schorschs Eimer. Und was für ein Schatz verbirgt sich in diesem Becken? In diesem Felsbecken ist nichts Besonderes. Irgendetwas ist immer da, Peppa. Sieh genau hin. Oh. Da ist irgendetwas. Ja. Es ist ein Krebs. Der Krebs zwickt Opa Wutz in den Finger. Oh. Oh. Böser Herr Krebs. Guck mal, Schorsch. Herr Krebs marschiert ja seitwärts. Schorsch tut, als wäre er ein Krebs. Peppa möchte auch ein Krebs sein. Wir sind böse Krebse. Zwick, zwick, zwick. Zwick, zwick, zwick. Hilfe. Hier sind zwei sehr böse Krebse. Die wollen mich zwicken. Zwick, zwick, zwick. Wir sind böse Krebse. Zwick, zwick, zwick. Husch, husch, ihr bösen Krebse. Geht zurück in eure Felsbecken. Ja. Wir gehen wieder zu den Felsbecken. Hast du was entdeckt? Eine Muschel. Hörst du darin das Meer rauschen? Was meinst du damit? Wenn du eine Muschel ans Ohr hältst, kannst du das Meer hören. Ich liebe meine Muschel. Schorsch, kannst du auch eine Muschel finden? Muschel. Das ist nur keine Muschel. Die Gewinnerin ist Luisa Löffel. Hurra. Dankeschön. Eigentlich hätte ich gewonnen, wenn du nicht immer geredet hättest, Luzi. Na, na, Peppa. Vergiss nicht, nicht das Gewinnen zählt, sondern das Dabeisein. Ja, Papa. Der nächste Wettkampf ist der Weitsprung. Schorsch und Linus wollen herausfinden, wer weiter springen kann. Schorsch, renn so schnell, wie du kannst. Und dann spring so weit, wie du kannst. Schorsch, auf die Plätze, fertig, los. Schorsch ist gesprungen, so weit er konnte. Und jetzt ist Linus Löffel dran. Wenn Linus nicht Anlauf nimmt, dann wird er nicht weit kommen. Linus Löffel, auf die Plätze, fertig, los. Linus Löffel ist weiter gesprungen als Schorsch. Der Gewinner ist Linus Löffel. Linus Löffel. Huah. Schorsch, vergiss nicht, nicht das Gewinn zählt, sondern das Dabeisein. Als nächstes kommt der Staffellauf. Jedes Kind läuft mit einem älteren Teil zusammen. Peppa, nimm mich, nimm mich. Aber Papa, du bist im Rennen nicht gerade der Schnellste. Als junger Schwein war ich einfach unschlagbar. Aber jetzt hast du einen Dickbaum. Aber ich komme noch an meine Zehen. Beinah. Schon klar, Papa. Aber bitte rennen, so schnell du kannst. Als erstes laufen die Mamas und Papas. Dann übergeben sie den Kindern ihren Stab. Mamas und Papas, auf die Plätze, fertig, los. Schneller, Papa. Wenn sie ans, ger되는, auf die Plätze gefallen können, und nicht. Mit socil ihr Stab. Entschuldigung, für aller SH 그게 Man. ? So. ? ? ? ? ? Untertitelung des ZDF, 2020